Hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Mr. Prepper in der Beta. Ja, wir haben in letzter Folge viel getan, jetzt machen wir sogar noch mehr. Ich guck mal ganz kurz. Ein Fail können wir noch sogar verkaufen. So, da haben wir ein paar hiervon, das können wir auch daheim mal gucken. Wir haben unsere Energydrinks gemacht, das schmeißt sehr gut. Wir müssen jetzt noch auf hier Quaranas warten, damit wir die netten Bärbe das bringen können. Da habe ich gerade nichts drin, da habe ich auch nichts drin. Okay, können wir noch einen Rest des Invertars an, ob wir da irgendwas loswerden müssen. Ah ja, guck mal hier. Ein bisschen, äh, Ei, äh, nicht Eisen. Ein bisschen Glas haben wir auch hier in der Tasche. Pangen wir nochmal ganz kurz weg. Was sagt denn unser Strom? Ah, ja, könnte man aufladen, weil man sichern es einfach. So, der möchte auch gerne ein bisschen Strom. Okay. Hallo, junge Dame, was möchten Sie? Was möchten Sie, junge Dame? Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, Nachbar, wie geht es Ihnen? Na, ganz gut, ja. Hallo. Ich habe mich gefragt, haben Sie ja in letzter Zeit Hunde gesehen? Ja, ich kann nur Nein sagen. Nur Würfe. Oh, gottschützlichen Präsidenten. Tschüss. Ja, okay, tschüss. Komisch. Ja, die Frau ist sehr komisch, mein Freund. Aber die sind dafür auch nur einfach einsam. Äh, so, dann essen wir mal hier Suppe. Oh, heute kommt der Typ, ne? Ja. Nee, morgen kommt der Typ. Okay, sehr schön. Gut, was sagt das Wasser? Da haben wir nichts, da nehmen wir aber immer mit, hier. Äh, die brauchen kein Wasser gerade. Noch nicht. Fangen wir das Wasser in die Kiste. So, ich habe auch den Tipp von dem Chaos bekommen, dass, das war der Chaos, ne? Ja, das war der Chaos. Ähm, dass wir, äh, da wir ja den Stromplatz haben, dort den Treibstoff kaufen können und den in unseren, ähm, Minenfahrzeugen packen können. Wir können nicht immer kaufen, aber meistens. Und dann können wir natürlich damit richtig Kohle machen, sagt er. Das werden wir natürlich ausprobieren. Ich werde erstmal zurück kurz in die Mine gehen. Ähm, ich brauche nämlich, äh, ich möchte gerne gucken, wie weit die da Sachen sind. Meine Güte ist das hier warm mitzumachen. Ja, leid dran, weil ich so ein heißes Spürspiel. Ja, tut mir leid. Okay. So, gucken wir mal hier rein. Da haben wir, oh, da haben wir Sagergrundschreiben nix. Geil. Guck mal, gucken wir da unten. Haben wir, glaube ich, die letzte Folge schon gemacht, bevor wir aufgehören haben. Bin wir aber nicht mehr ganz sicher. So, drehen wir auch und zwischendurch noch was. So, ja, nicht verdursten hier, ne? So. Auch nix. Habe ich das schon gemacht? Ich glaube, ich habe das schon gemacht. So. So. Ja, jetzt ist mir kalt, ich weiß. Auch nix. Habe ich schon gemacht? Verdammt. Okay, okay, dann gehen wir zurück. Dann gehen wir zurück. Dann holen wir uns unseren, ähm, unseren Treibstoff, den wir haben. Dann packen wir das da rein und machen ein bisschen Geld. So machen wir das. So machen wir das. Und je tiefer wir in der Mine sind, desto besseres Zeug kriegen wir dann in den, in den Maschinen. Ich habe keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Schaufelrad-Bagger? Ne. Schau... Leckere Pflanzen. So, bewässern. 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 So, bewässern. Cool. Cool, 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 cool. Okay. Gut, ähm, ja. Wir brauchen wieder was zu essen. Schlafen müssen auch mal. Ich probiere jetzt einfach mal das Energy-Ding. Oh, je, je, je. Geilo. Und jetzt geht das viel langsamer runter. Oh, finde ich super. Finde ich super. Okay, gut. Wir brauchen den Treibstoff. Vor allem wir nicht mehr ganz so viel haben. Ich glaube, wir haben noch fünf über. Pula. Wir haben noch zwölf über. Nehmen wir einfach mal alles mit. So, dann gehen wir zurück. Füllen alle auf und, äh, lassen die arbeiten. Erstmal. Alte Bach-Miete. Äh, Miete. Alte Bach-Miene. Nicht Miete. Meine Güte. Ist auch wieder hier, ne? So. Nach unten mit uns. Da liegt immer noch der Typ, der Arme mit seinem Fahrrad. Ganz schlimm. War ein Fahrradunfall. Das sieht man manchmal auch. Ich fall hin und bin dann sofort in der Erde. Ah, hier, äh, da wollte ich aufladen. 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 Wir bleiben noch rüber. Ja, acht. Wir haben drei verbraucht. Das heißt, es sollte gut gehen. Ja, es sollte gehen. Haben wir drei verbraucht? Ich glaube, wir hatten nämlich sieben, ne? Wir haben vier verbraucht. Okay, dann können wir einen komplett auffüllen und einen noch ein bisschen. Aber nicht so schlimm. So und so. Ja, vier haben wir noch rüber. Hä? Naja. Zumindest kriegen wir dann unser Zeug. Was schon mal sehr, sehr gut ist, ne? Mal ganz kurz was gucken hier. Ich hab später eine YouTube-Ernachrichtung bekommen. Aber hier hast du mir ja nicht mal ein Konto im Kommentar geschrieben. Natürlich. Supergeil. Finde ich super, Leute. Also bitte schreibt so viele Kommentare. Ich finde es supergeil. Okay. Also ich, wie ihr auch seht, ich versuche auf jeden Kommentar zu antworten. Jeden Kommentar kriegt man für mich ein Like, weil, ne? Ich mag das, dass die Kommentare verlegt. Deshalb like ich die auch. So, gut. Ähm. Noch nichts drin. Könnten wir warten. Haha, machen wir nicht. Gucken da in den nächsten paar Tagen nochmal nach. Lassen erstmal arbeiten. In der Zwischenzeit gehen wir kurz in den Wald. Da waren ja noch zwei Fallen. die wir noch entleeren können. Das machen wir auch direkt. So. Ich brauch mal zu essen. Ich hab nichts zu essen mitgenommen, mich Idiot. So. Der Wald. Der Walter. Ja. Hallo Walter, falls du so guckst. Wenn einer hier heißt, kann das sein, dass einer Walter heißt. Ich meine, das ist ein ganz normaler Vorname, ne? Oder Nachname. Kommt doch an. Kommt doch an. Du bist ja Walter von, äh, vom Frauenklast. Tch. Okay. Dann nehmen wir noch ein bisschen Zeug hier mit, wenn wir grad schon hier sind. Besonders Baumstimme wären supergeil. So. So. Okay. Dann gehen wir zurück. Haben leider nicht ganz so viel geschafft, wie ich gerne hätte. Aber ich wollte, ich wollte mal kurz zum Schrottplatz. Genau. Da wollte ich mal was gucken. Das kann ja nicht sein, dass das das einzige hier ist, ne? Da muss ja noch irgendwo, ah, guck mal. Oh, oh, guck mal eine Karre. Da, wie, ich hab repariert. Okay. Braucht 20 Metall. Haben wir doch. Haben wir. Wir haben 20 Metall, doch. Wir können unsere Zigarre reparieren. Wir haben richtig viel Metall. So. Ehrlich gesagt, wir haben viel Metall. Da machen wir doch einfach mal. Am nächsten Tag reparieren wir das Auto. Deine Vorbereitung ist niedrig. Ja, ich weiß. Tut mir leid, Mann. Uh, du bist noch nicht ganz reif, aber ist auch noch nicht. So, wir haben mal Essen. Essen, was in den Kühlschrank muss. Ganz wichtig, muss in den Kühlschrank. Am nächsten Tag müssen wir aufpassen, da der Typ vorbeikommt. Aber wir können jetzt erst mal kurz kochen hier. Ich hab ja kurz noch ein bisschen Zeit, ne? Kochen. Die haben wir nicht. Okay, packen wir das hier rein. Ich hoffe mal, die Musik unten ist nicht so laut. Meine Mitbewohnerin, die hört Musik. So, schla... Ne, nicht schnickerschön, schlafe. Okay, keine Post und kein... äh, kein Agent, der kommt heute nicht. Dann können wir heute das noch nicht machen. Aber wir können schon mal die Sachen vorbereiten unten. Dann müssen wir gleich die Decke zumachen. Den Eimer wieder einsammeln. Bevor wir aber das machen, müssen wir doch mal das Wasser rausholen. Ihr kennt ja das Spiel. Ihr kennt ja das. Oh nein, der Postbot ist weg. Oh, guck mal, komplett voll. Geil. Okay, Korana, ready? Noch nicht. Okay. Gucken wir mal schnell hier. Ne, hier oben gehen wir hin. Warum erst mal das... Ach, wir haben noch gar kein Wasser drin. Nein! Müssen wir mitnehmen. Schade Schokolade. So. Nehmen wir Zeit bis 15 Uhr. Das ist das Gute. Äh, so. Eben kurz schnell gießen hier. Müssen wir auch schnell was essen. Weil meine, äh, meine Vorbereitung ist unten. Zack. Äh, dann enden wir noch mal ein bisschen hier von welchen. So. Gut. Ah. Ich hoffe, der meckert nicht, weil wir Guarana haben. Ja, ich weiß. Okay, dann packen wir mal hier den Deckel drauf. Warte mal auf, holen. Haben wir ja was in der Tasche? Ja, wir müssen unseren Berghem loswerden. Das mag ja nicht, wenn wir den haben. So. So. Okay, noch was, was wir loswerden müssten, theoretisch. Ne. Gut, dann können wir mal das Wasser hier reinpacken. Es haut ja noch ein bisschen, bis der kommt. Das ist das Gute. Da ein bisschen Wasser. So. Dann bin ich ganz fertig. Aber hat Strom aus? Nein! Ach, ich hab, äh, Strom in der Tasche. Mhm. Ich hab Strom in der Tasche, Leute. So. Gut. Können wir noch irgendwas machen? Äh. Wir können nicht den Briefkasten nutzen. Der Typ ist ja gerade nicht da. Mhm. Was können wir denn noch machen? Gehen wir mal ganz kurz. Wir müssen nämlich die Zeit abwarten, bis der Typ kommt. So. Können wir schon mal hier aufteilen. 20? 20? Nein, geht echt. Kann man nicht machen. Schade. So. Wir brauchen nämlich nur 20 davon. So. Dann nehmen wir die 20 mit. Findet ihr ja nicht schlimm, wenn wir das in der Tasche haben? Was ganz komisch ist. Er findet es nicht schlimm, wenn wir 78 Kilo Holz haben. Und 20 Kilo Metall. Findet ihr nicht schlimm. Das findet der in Ordnung. Aber wenn wir natürlich hier so eine Bar, äh, ne? Und ein Messer in der Tasche, findet der auch gar nicht so schlimm, ne? Baseballschläger auch nicht ganz so schlimm. Aber, so ein Berghelm, wo nur ne Lampe drauf ist. Ne? Das findet der schlimm. Mag der gar nicht. Oh, wir haben das Messer in der Hand. Hahaha. Ja, hallo. Guck mal. Ich habe ein Messer. Zack, 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 zack. Wie ein, äh, in, äh, Futurama. Der Roboter da. Mit den Clap Hands. Ne, da war ein anderer, der immer sticht. He, 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 he. Hallo Leute, die das wissen. Das war jetzt bescheuert, weiß ich auch. Können wir das jetzt ernten? Ne, nur bewässern. Äh, äh, well, that's unfortunate. Okay, wir müssen leider noch warten. Was können wir denn machen in der Zwischenzeit, bis der da kommt? Bis der da kommt, äh, können wir kurz gucken. Können Internet durchforsten? Ne, inspizieren. Inspizieren. Lesen, okay. Können gucken, ob wir was kochen können. Hm, können wir nicht. Können Smoothie machen, oder? Schmusi? Ein Schmusi? Dafür brauchen wir sechs Bluebeeren. Bluebeeren. He, he, he. Blaubeeren. Blueberries. Wir brauchen sechs Blueberries. Kochen. So. Machen wir den Schmusi. Den, den... Ja, den Schmusi können wir machen. Tada! So, guck. Wir haben es letztens schon versucht. Das hat irgendwie nicht so funktioniert. Blaubeer Smoothie. Geballter Geschmack des Waldes. Damit kann man nichts falsch machen. Doch. Meine Frage ist... Ne? Aus was besteht die Sahne, weil das nur aus sechs Bluebeeren... Bluebeeren... Blaubeeren besteht. So. Erstmal die restlichen Blaubeeren. Einfach nur, damit die nicht schlecht gehen. Den Rest den Smoothie packen wir in den Kühlschrank. So. Haben wir irgendwas, was noch irgendwie... Nach Humboldt ohne Fahrschein? Ne? Gut. Mal schauen, ob es da kommt. Hallo, Typ! Dann lass ich den mal arbeiten und ich, äh... und trinke was in der Zeit. Für mich. Wieso soll ich das? Wieser eine kleine Freizeitale und auch? Oh, wie kann ich auch sehen? In das Wachstum. Eine Wachstum. Wie will ich das Morgen? Schraub der Aufmerksamkeit? Die Wachstum. Deine Wachstum. Der war Solutions. Wir sind alles gut. Weil ich um den Liedern. Der brauchte immer Ewigkeiten hier, ich habe in der Zwischenzeit sogar mein Fenster aufgemacht. Meine Frage ist immer noch, wie kriegen wir vor dir oder wo kriegen wir vor dir? Oh, so, was sagst du denn, Kollege? Alles gut? Was haben wir denn hier, Bürger? Oh nein, oh Gott, der hat mir jetzt am Ende aber echt Muffensausen gemacht, ne? Ich dachte schon, der hat irgendwas gefunden in meiner Tasche. Alles super. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Und ich gehe jetzt erstmal direkt hier nach unten. Ich glaube, die Guarana sind fertig. Immer noch nicht. Meine Güte. So, dann packen wir, nehmen wir den, äh, den, hey, nein, nicht hier unten. Geh hier hin. Der wird nach unten gehen, noch komplett nach unten. Komischer Typ. Da können wir stapeln. Nehmen wir auch nochmal Sicherheitshaber mit. So, dann gehen wir nämlich, äh, wir gehen wohin? Wo gehen wir hin? Wieso können wir eigentlich kein C drücken, um den Charakter aufzurufen? Das ist in jedem Spiel so. Drückst du C, rufst den Charakter auf. Ist ganz normal. Hm. Okay, gut. Den Eimer können wir wieder hinstellen, falls es in der Zwischenzeit regnet. Dann sammeln wir noch ein bisschen Wasser ein. Obwohl er jetzt ein bisschen Wasser verloren gegangen ist, leider. Ja, ach man, das Ding war fast voll. Okay, okay, wir gehen in die Mine. Wir wollen gucken, was unser Zeug alles, äh, was uns, äh, die Maschinen da für Zeug rausgeballert haben. Ich hoffe, gutes Zeug. Und dann gehen wir gleich zum Auto und reparieren das Auto. Gucken, was es abbringt. Oh, ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Ich hoffe, das schaffen wir noch in dieser Folge. Wenn nicht, dann habt ihr nächste Folge schon noch was zu gucken, ja? So. Da, da, da. Ja. Gucken wir mal hier. Oh ja, meine Güte. Ja, schön. Lecker. Und Smaragd sogar. Geilo. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Dann gehen wir noch nach unten. Nach der nächsten Etage. Ich trinke in der Zwischenzeit was. So, da, da. Gucken wir mal. Oh, schön. Lecker. Wie viel, wie viel haben wir denn jetzt davon? Boah, 20. Geil. 24 sogar. Schön. Das ist sehr schön. So, gehen wir nach unten. Musik. Nein, wir haben nicht genug Platz für das Gold. Ne, ne, ne. Ne. Ne, ne. Manu. Das Gold können wir nicht verkaufen. Das Salz brauchen wir nicht. wir brauchen kein salz suboptimal sehr suboptimal genau kurz im schrottplatz dann können wir die 20 eisen reinballern die wieder dabei haben hallo das schlimme hier ist die die haben so kleine die haben so einen ofen ganz normalen ofen im wohnzimmer stehen ganz normaler ofen wo du feuer reintun kannst äh feuer reintun kannst holz reintun kannst du machst so ein feuerchen und die schmeißen dann mal plastik und einen scheiß rein dann stinkt das immer hier richtig heftig du kannst in der beta nicht fahren jetzt haben wir ein auto obwohl wir nix damit machen können schade schokolade zumindest haben wir jetzt ein auto hey davon da so ein stückchen raus so dann hier so und dann die nummer 12 sag ich das thumbnail für die folge das war ein geiles thumbnail voll clickbait obwohl nee ist ja kein clickbait wir haben ein auto wäre clickbait wenn wir keins haben und ich sag wir haben ein auto dann ist das clickbait ja das wäre ja kacke aber so ne wir haben nur das verwendet was im spiel auch zu sehen war sowas mache ich nämlich nicht kein clickbaiting ich hab mir das noch ich hab mir nicht immer zu schwer nein ich hab ich vergessen habe ich vergessen tut mir leid spiel die denken sich auch so Alter meine taschen sind so schwer sind 160 kg zeug drin oder Pfund dann ist das nicht ganz so viel weil ähm ein Pfund sind 400 Gramm 460 Gramm um den dreh herum das ist ja dann nicht ganz so schlimm also dann sind das ja ungefähr ja ja ein Kilo sind dann ungefähr 2 2 1 halb Pfund ungefähr würde ich mal sagen ja ungefähr wir haben nicht 100% sicher oder 2 1 Viertel hm dann ist das ja nur 80 Kilo auch schwer 80 Kilo auf dem Rücken mir ist aufgefallen 80 Kilo ist auch heftig immer nur nix verkaufen das ist doch ne kacke ist das ja mach mal nur bewässern ich guck mein Wasser uh hat über Nacht geregnet sehr schön na jetzt wollen alle Wasser wenn einer Wasser möchte wollen alle und dann nicht inspizieren so packen wir das Wasser hier rein da war mal ein Püffi über so müssen wir schnell was essen dann ist die Vorbereitung wieder oben ist die Vorbereitung oben wird man nicht loben oh geht ne äh was können wir noch essen ohne ok gut wir müssen mal wieder ein bisschen Essen produzieren ah das ist die alte schon wieder guck mal wie die angewatscht kommt hallo ich möchte mit dir reden könnt ihr nicht etwas Zucker ausleihen hallo nein ich habe keinen Zucker tut mir leid tschüss tschüss mit dir junge Frau ich habe keinen Zucker aber ich weiß jetzt ungefähr wie man Zucker macht oh nein ich sehe gerade 21 Minuten ich hätte die Folge beenden müssen naja dann gibt es halt ne lange Folge dann gibt es halt ne lange Folge guck mal das sind Rehe im Hintergrund die haben die gleiche eine Beziehung gleichzeitig hey Mutter Blume hast du was äh was ich brauche was hä oh ne ich habe zu Hause vergessen nein oh was ein Jammer tut mir leid Omi Wie geil ist das denn? Ja, Leute. Das ist immer eine Vorbereitung auf höchstem Niveau. Wo bin ich denn hier? Schon wieder. Ich bin falsch gelaufen. Ich muss besser aufpassen. Ja. Unschön. Da nicht lang, da nicht lang, da lang. Ja, das ist natürlich sehr suboptimal gelaufen, würde ich mal sagen. Dann gehen wir kurz zum Kühlschrank. Da müssen wir sowieso hin, trinken, energy drinken und gehen zurück. Ja, backtracking, ne? Immer doch, das ist so schön. Oh mein Gott, mein Handy geht voll steil hier. Tut mir leid, Leute. Ja. Jetzt aber. Oh Mann. Nein. Konzentration, Manuelle. Konzentration. Meine Güte, ist noch nicht wahr. Klick da drauf. Das Richtige. Toll, das wird wieder lange Bearbeitung seit hier. Nancy plus Bob. Jetzt verstehe ich auch Bob. Oh, Nancy mag Bob. Ich habe aber meine Nancy noch nie gesehen. Ich habe bis jetzt nur Bob gesehen. Bärbel und den Joe. Die anderen konnte ich leider noch nicht sehen. Was sehr schade ist. Ja, Omi. Oh, vielen Dank für die Früchte. Übrigens, du siehst gut aus. Nein, danke. Höre ich auf das. Oh, I'm sorry, Buttercup. I can't give you any more questions in the beta version of the game. Warum hast du jetzt Englisch gesprochen? Omi, was soll das? Omi, warum sprichst du plötzlich Englisch? Und was hat sie jetzt einfach ganz schnell gelernt? Ja, gut. Ähm. Ja, dann gehen wir halt zurück, ne? So, zu Hause. Entschuldigung. Hm. Hm, 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 hm. Das wird jetzt aber auch wunderschön, ne? Hätte ich gezeichnet. Hätte ich gezeichnet werden können. Was? Hätte ich gezeichnet haben können. So rum. Haben können. Ich hätte das. Weißt du? Höh, haben wir denn jetzt hier? Oh. Äh, äh, äh. Äh, äh. Haben wir jetzt kein Eisen bekommen? Ach, wir mussten aufladen. Hatte keine Energie mehr. Öffnen. Guarana. Zuck. Drei. Oh. Hahahaha. Ich mach den, den, den Trockenhaden. Kein Strom mehr. Well, that's unfortunate. Hahahaha. Nein, ey. Nein. Oh, mehr Wasser. Geil. Noch nur fünf Minuten weg. Sehr schön. Obwohl, da können wir auch mal. Ja, wir haben ja einen täglichen Wasserbau. Okay. So. Alles ablegen. Außer das Salz. Das ist ein Element. Das kommt nämlich hier rein. Oh, guck mal. Wir haben schon über 50 Kilo Salz. Dann gehen wir kurz in das, äh, in das Bergwerk. Weil wir müssen ja sowieso warten, bis der Tag rum ist. Was geht denn da runter? Wom geht's runter? Wir müssen schlafen ein bisschen. Oh, das könnte ich ja verwenden, statt Miene. Because, Miene in, because, because, genau. Weil Miene in Englisch ist ja auch Miene. Mine. Mine? Mine. Und dann klingt das natürlich ein bisschen besser. Bergwerk. Und Deutsch. Deutsches Bergwerk. Da gibt's Salz. Und Gold. Und Smaragde. Und Rubine. Und Amatisten. Und Eisen. Und... Hab ich vergessen, was der andere war. Da gibt's alles drin. Das ist einfach da alles Miene. Wenn es diese Miene in echt gibt, die will ich kaufen. Da ist alles drin. Da bin ich stinkreich. Da find ich auch sogar das One Piece drin. Ja, ganz ehrlich. Da find ich auch das One Piece drin. Das ist alles drin. Hallo Pokémon. Oh man, heute schnauze. Nee. Nee. Ich will den Amatisten mitnehmen. Nicht den Schal. Das scheiß Salz. Ihr braucht na kack Salz. Keiner braucht das scheiß Salz. Braucht doch keine Sau hier. Braucht kein Salz. Ich hab mir vorgenommen, weniger in meinen Folgen zu fluchen. Hab ich das schon gesagt? So, dann gehen wir zurück. Und dann ist die Folge auch schon so gut wie rum. Gucken wir mal kurz auf irgendwas in den Kühlschrank packen müssen. Nö. Geil. So muss das. Ja. Abholen. Zack. Und reintouren. Schmelzert mal ab, bitte. Boah, die haben schon wieder clues. Da brauchen die für ein Wasser, Alter. Die haben einen Wasser verbraucht. Wie eine Kleinstadt. Aber ganz ehrlich. Was soll das denn? So, dann gehen wir schlafen jetzt hier. Guck mal. Und schlafen. Tschüli. Bup. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht, falls ihr noch nicht getan habt. Und falls ihr abonniert habt, einfach Glocke aktivieren. Schreibt was in die Kommentare. Kommt auf meinen Discord. Mein Name ist Secondplay. Haut rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.